So, jetzt sind wir auch schon wieder hier. Letzte Folge war ein bisschen länger wie sonst, weil wir, weißt du, es hat gerade zu gut gepasst mit dem Bossfight und dann den ganzen Zwischenzirkenzen noch. So jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal noch unser Schwert besser hier. Sekundärwaffe habe ich bisher noch nie benutzt. Brauchen wir auch nicht. Ausdauer immer gut. Oh, Brennstoffzelle. Nein, 20.000. So, so delay. Dann holen wir uns mal die Gehörner. Ja. 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 1.3. Kuck yourself out. Guck. 2.3. La das 1.8. Haja Haia weiter gehts machen wir einfach mal gucken was passiert wow hoho geil ist er rundhin komm her blöder Köter das ist schiss wow ok jetzt bin ich hm so lele ok ja dann auf auf ja 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 Oh Gott, das geht in die Hose. Ich muss auf jeden Fall... Ja, den. Den will ich haben und den. Wow! Na, Nase. Der kann Deutsch. Geil. Ich habe diesen Abschnitt viel schwieriger in Erinnerung. Ciao. Meins. Ah, na so. So, ciao. Dafür. Ah, na so. Okay, da. Ah, na so. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So, that's where the brains in the server room will be, up top. No, but, yeah. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and pass the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But, managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So. The only option is to cut the power to security gate, which will not be easy. It is powered by no less than three systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat zone inside the walls there. Hm. Okay, ich verstehe. Find hier irgendwelche Kameras? Okay, also da sind... Ah, the security gate. Okay, hier geht einer rein. Auch machen. Bonded by a high-frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. There should be an electrical tank. Ouch. No choice now. Ah, ich bin ein. Oh. Ah, LOL. Hat er die mitplatte gebaratet? Oh. Jetzt fehlt aber gerade gar nichts Meine Güte So, jetzt Nein, gerade dann, wenn ich den Modus aktiviere, natürlich So, jetzt ist sie aber zack und gut so So, meins Oh Mann, Molitor geht immer auf schwarz Hey, komm schon Jetzt sehe ich nicht, wie ich aufnehme Das ist jetzt ein bisschen uncool Ah, gut, okay Jetzt sehe ich es wieder Oh, ich bin gerade dabei Ah, hier ist doch eins Sehr schön Okay, das haben wir War das die Schnur, die wir verfolgt haben Wahrscheinlich Ne, die ist dann weg Okay Wo geht die denn lang Oh, ich muss unbedingt nochmal ein besseres Z kaufen Ey, es tut scheiße wie auf den Ohren Ey, wo ist denn die Kacke So, jetzt gehen wir nochmal von hier aus So Da geht eins lang Warum kann ich nicht in diesem Modus laufen Ganz ehrlich Ja, 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 ja Mach ich ja gerade schon Komm, aus dem Weg da jetzt So, hab ich Sehr Hi Ciao Immer genau Dann, wenn ich den Modus aktiviere Willst du mich einfach kackeiern Ich kann mich einfach kackeieren vielleicht ein bisschen häuschen gleich soweit nur dass wir noch hier die eine schwungkasten finden und dann denke ich weil die letzte folge ein bisschen länger war machen wir dann ein bisschen früher schluss so der geht da lang dann da dann hier so geht doch wie weiche ich denn aus alter doch Willst du mich einfach aschen? Ja. So. So, Delay. Gut. So. Ähm. Ach, das war's noch gar nicht. Ja. Hohoho. Ich hab gefuckt, ey. Ah, ein bisschen machen wir noch. So. Ach, verdammt. Wieso sag ich so was? So, du Sack. Ja. Nehme ich schon nur Pfeile. Okay. Alles klar. Ciao. Lern's in dem Bereich. Alles klar. Lauf! Oh, 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 oh. Oh, ecco. Oh, oh, oh. Klappt besser wie gedacht. Lauf, 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 lauf. Spannende Musik. Ah, danke. Echt mal. Äh. Ciao. Ciao. Äh. Ciao. Oh, klappt ja wunderbar. Lauf! Hui! Oh, oh. Da passiert da jetzt was. Hm. Ha. Rechts bleiben. Klappt. Oder auch nicht. Ciao. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 hey. Jetzt stimm ich gar nicht mehr so schlecht an. Huuu. Shiiiit. Verdammt. Komm, 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 komm. Ah. Jawoll, jetzt. Komm her. Boah, der Rippermod ist ja über Porno. Alter... Alter... Ich weiß nicht so recht was ich machen soll. Der Frollo... Nicht gut für mich. Ich sag's aber ich hasse. Raiden! Ja, das machen wir jetzt noch zu Ende. Ah, ich hasse sowieso Kackteile. Ja... Danke. Komm schon. Ja, toll. Alter... Ist klar. Ich erinnere euch noch an die Stimme mit dem Kram. Wo den ich springen wollte. Ja... 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 Ja, ich habe es geschafft, zu analysieren, die letzten Daten des Sicherheitsdates zu verabschieden. Du solltest findest du einen in-durch-Garten am vor. Ein Garten? Das klingt gut. Ein Garten, um genau zu sagen. Es ist eine Gebäude, die für VIP-Daten zu verabschieden. Wahrscheinlich, einer der Welt Marschall-Direktorin ist ein ziemlich starkes Japaneskultur-Kultur. Alles klar. Also, was das mit mir hat? Ist es etwas, was ich aus dem Garten brauchen? Nicht überhaupt. Du musst nur einen Weg durch diese Gebäude, um zu einem Freight-Elevator zu kommen. Ich habe eine Route zu den Elevator-Kontrollen gefunden, zu den Uniten, die wir nach unten heijackten. Ich habe auch die Server-Rolle gelegt. Du kannst ihn durch den Freight-Elevator zu kommen. Großartig, Doc. Schönen Tag, mein Lieber. So, wir gehen jetzt in Gackengard mehr. Wir machen jetzt die Folge zu Ende. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye-bye. Komm go! Komm looki, dann gilateral allowance. Ich hatte die cherish, Grale seslen, die bis zum L‥3 keiner hintersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020